Ja, hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. 81 Zuschauer sind wir mittlerweile. Und dafür möchte ich mich einfach mal recht herzlich bedanken. Danke, danke, danke. Ich hätte es nicht für mich gehalten, dass ich vor drei Monaten, als ich mit YouTube angefangen habe, dass ich jetzt schon nach drei oder vier Monaten schon 81 von Ende hätte. Dafür danke ich euch einfach. Das ist einfach der Oberhammer. Ihr seid der Hammer. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich war ja jetzt vier Tage in London und habe mir so gedacht, jetzt hole ich mal ein Infovideo raus, was los war, warum ich nicht immer sofort auf eure Kontakte eingegangen bin. Jetzt wisst ihr es. Einige von euch sind auf einem Spamfilter gelandet und YouTube hat auch ein bisschen rumgesprungen im Ausland. Er hat mir nicht immer alle PNs angezeigt, da musste ich erst in meinen E-Mail-Pass verfeilen, um sie zu lesen. Ist aber auch egal. Ich habe sie gelesen, ich habe sie beantwortet, bin gerade fertig, jetzt bin ich gerade noch im Skype und habe mir gedacht, ich schneide das einfach mal so ein bisschen zusammen. Schnelle Bilde schneide ich dem. Ja, ich werde euch jetzt eine kleine Zusammenfassung so wahrscheinlich mit reingeben, so ein paar Bilder, die ich rausgesucht habe, die auf dieser Kamera auch drauf sind, mit der ich das gerade drehe, die muss ich dann nachher noch auswerten. Dann drehe ich das gleich mit. Und ja, und ich möchte noch etwas loswerden. Und zwar mir ist aufgefallen, dass die Aufrufzahlen, wenn wir mal so im Vergleich schauen, ganz schön runtergekommen sind. Ich hoffe jetzt, ihr habt da nicht irgendwie irgendwas gegen mich, gegen meine Videos, das hat euch nicht mehr gefallen. Wenn doch, schreibt es unter dieses Video, weil ich will es wissen. Ich will wissen, warum die Aufrufzahlen so nicht sind, weil die sind wieder so niedrig wie damals, als ich noch 27 Abonnenten hatte. Und das geht eigentlich für mich nicht. Deswegen frage ich mich, ob ich was falsch mache. Wenn ja, schreibt es rein. Ich kann nochmal genauer gucken. Moment. Das letzte Video hat hier 12 Aufrufe, das gestrige hat 29. Ich war sonst immer so im 70er, 80er, 90er Bereich und für mich ist das nicht in Ordnung. Also wenn irgendwas ist, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bin hundemüde. Und ja, das war es soweit. Jetzt würde es dann jetzt wahrscheinlich die Zusammenfassung mit ein paar schönen Bildern kommen und ein paar Überschriften, da werde ich jede Menge zu schnibbeln haben. Ist aber auch egal. Und ja, haut rein!